Du bist flach, das ist immer gut. Ja, das geht's ja gar nicht. Die Sose muss ich jetzt was anziehen oder nicht? Ja, sicher muss ich was anziehen, die Sose. Hast du was mitgebracht? Ja, als Rocker kann's gehen oder als Schlumpf. Das sind 82 Stück. Doch, und sogar für die Regina. Dann ziehst du dich noch? Ich war ein Zwergdorf. Bitte, stand mit dir. Das ist gut. Ist gut. Danke. 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 Bitte schön. Danke. Warte. Das ist mochtig, Sie können ihn ruhig bewegen. Danke. Gut, Herr. Danke schön. Das ist schon... Du kannst vielleicht einen Torn auch dabei... Na' frei, wenn ich's ja öffne! Ich weiß nicht, was brauche ich nicht. Ich hab jetzt kein Kreative, was brauche ich. Ich hab's ja was rauszutun und anbelegen, Ich bin so schön, ich bin so schön. Musik Hier ist gerade beim Probieren des Faschingskostümes. Hier sehen wir die Abwasch mit ein paar Brötchen. Die Kaffeeschüsschen sind schon hergerichtet. Hier schwenken wir auf den... Oh, Anni hat auch das erste Kostüm angelegt. Hier machen wir den Kaffee und da kommt dann auf diesen schönen Tisch, kommt dann der Computer. Der PC, den man nicht verdienen braucht. Der PC. Jetzt schalten wir um aufs Lager. Hier sehen Sie das Zigarettenlager, das immer leer ist. Das ist super. Das haben wir ja wohl... Das haben wir ja wohl... Das haben wir ja wohl nicht im Augenblick, denn wir haben keine Zeit gehabt. Ja, das ist es nicht. Boah, jetzt kommt der Rocker. Das darf man nicht mehr wegheben sehen. Das ist nicht besser. Das ist nicht besser. Ja, das ist schwer mehr, nicht mehr. Ja, das ist schwer mehr. Das ist wie ein Schuhsort. Ja, das ist gut. Einen Moment auf der rechten Seite. Ist hoher. Und hoher hoch. Ach, das ist tief. Sehr gut. Das habe ich auch nicht bekommen, da hält man mehr. Ja, gut. Schon genau ein. Wissen Sie, wie es denn möglich in der Zeit geht und wenn man damit rechnen kann, dass man heute das Kiff hat schon wieder so Bonneton oder Kaffee drin. So, kurz. Ist das von dir, das Banker? Was? Wie du es zu sich auch hast? Ja. Super. Und schon wieder mit dem Geld. Kohle, gell. Kohle. Immer Kohle, Kohle. Nein, ich versteck dich nicht. Ich muss dich bei der Arbeit filmen. Schau. Schau. Schau mal, damit wir den schwarz und weiß. Uns. Was ist ein Punsch? Hat nicht einer gesagt, wir bringen einen Punsch? Das Wort ist die Welt, der Glaube. Krapfen mit Zahnstoffen. Krapfen mit Zahnstoffen, wir brauchen was Flüssiges. Beim Kiki kriegst du einen Krapfen mit blauer Marmelade, dann hast du was gewohnt. Warte, du musst beweisen, sonst führen sie mich zusammen. Wir haben schon viele Kameras geholt. Schauen wir mal, wo es da ist. Wo ist die Sussi? Auch da krabbelt sie. Hä? Hä? Hättest du im Endeffekt, dass die Laura da im Back ist? Ja. Und die Lise steckt. Nein, ich war Laura da auch. Ja, aber nur drei. Ja, aber nur ein Barzerl. Jetzt. Ja, weiß ich. Danke, sehr schön. Danke. Wiederschauen. Wieser auf Fuß, das weiß ich noch nicht. Jussi! Ich hoffe, ich bin nett für euch im Kassel. Wieser Käsch wieder essen. Hallo.